Was soll man machen, wenn man starke Eheprobleme hat, sich aber noch liebt? Das ist sehr allgemein gestellt, die Frage. Was soll man machen, wenn man starke Eheprobleme hat, sich aber noch liebt? Es kommt darauf an, was man für Probleme hat. Erstmal, eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, erst mal, wenn man sich noch liebt, zeigt das immer, dass es nicht so schlimm sein kann. Weil ansonsten würde man sich normalerweise nicht mehr lieben, würde der Respekt komplett verloren gehen. Das ist normalerweise so. Man sollte um die Ehe kämpfen. Der Schaitan liebt, wenn eine Ehe geschieden wird. Und wichtig ist immer die Kommunikation, klare Kommunikation. Glaub mir, so viele Eheprobleme könnten verhindert werden, wenn man rücksichtsvoll miteinander umgeht und einfach klar kommuniziert. Und viele Probleme in der Ehe könnten aus dem Weg geräumt werden, wenn man Eheprobleme nicht von außen reintragen lässt in die Ehe. Von außen in die Ehe reintragen lässt. Kämpft um eure Ehe und redet miteinander. Vielleicht könnt ihr jemanden suchen, der Gutes für euch will. Ihr habt hier vor Ort wirklich Leute, Alhamdulillah, die da vielleicht auch schlichten können, reden können. Manchmal aus Emotionen ist man auch nicht bereit, die Wahrheit zu akzeptieren. Ich nehme das mal kurz hier. Und mach viel Dua. Gebet. Untertitelung des ZDF, 2020